Der wissenschaftlich-technische Fortschritt hat in der Wurzel unser Leben geändert. Die Gelehrten haben eine Mähne der neuen Theorien entwickelt. René Descartes hat bestimmt, dass unser All unbegrenzt ist. Das Zentralteil unseres Sonnensystems ist die Sonne. Die Menschen bekommen genau Einsichten von der Unendlichkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das hilft, die genaue Erklärung in vielen Gebieten der Wissenschaft machen. Musik 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 Dmitry Ivanovich Mendeleev, russischer Chemiker, stellte das Periodensystem der chemischen Elemente auf. Ohne Entdeckungen wäre es kein Fortschritt. Musik 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 Musik